moin moin und willkommen zurück zu let's play more and wir waren letzte folge bei was stehen geblieben ja bei was ne bei was und uns wurde ein tipp gegeben hier in diesem lager wissen die vielleicht wo ich diesen banditen finden kann den ich suchen soll und ich glaube auch umbringen er ist cool er sieht ja mal richtig cool aus er sieht ja mal mega cool aus er hatte träume und vision ich glaube ihr seid derjenige den ich in meinen träumen gesehen habe geträumt den göttern geschickt ist stammbar mit den weißen guber ja machen wir warum denn nicht warum denn nicht wir haben sowieso was zu erledigen hier in der nähe ich wusste dass ihr derjenige wart geht nun ich bin ja dass euch das tier erscheinen wird wo der fahrt sich gabelt wo sich wo die steine aus der erde heraus wachsen wie finger an einer hand okay ich suche aber eigentlich den höhle von schalit auf einer kleinen insel südwestlich von alt das ist als wäre mal sehen wir konnten ok vielleicht ist das der mann den ihr sucht ihr müsst das wasser überqueren der ersten insel nördlich des lagers zu gelangen ok das ist besser von dieser reist ihr zwei insel weiter nach nordwestlicher richtung eieiei das schreibe ich mir auf das ist ja ich habe hier auch endlich wieder einen stift und einen zettel also erstmal die erste insel norden erste insel norden dann zwar zwei inseln zwei insel weiter inseln weiter nordwestlich na ja in w und dort der nordseite ok den weißen gur machen wir wann anders also die insel hier ist nördlich uno momento die insel hier ist nördlich sieh mal mit so erst gehst du zu der insel im norden dann musst du dich viermal um die eigene achse drehen gucke dann in den himmel er wird dir verraten wo du lang musst erste insel nordwestlich jetzt hör mal noch weiter moment stell dir mal vor du hättest keinen sprung zauber ist das oder das die ist norden hier ist keine insel im nordwesten nord nordwest wasser ich nehme die hier die hier wo wie es die aus hier auf der südseite ist was ja ja interessiert mich gerade nicht hier ne 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 dann ist es die ok ich müsste demnächst mal wieder länger warten um hier den den die ist nicht tot wie heißt es das da die sprung zauber zu regenerieren und so weiter und so fort wieso springe ich nur so kurz achso ich hab ein paar sachen in den taschen ich hoffe das ist die richtige insel wofür ist der teure ring ein heilring wieso hab ich den denn wieder in der tasche hab ich den gefunden nein ne ist doch der den ich gemacht hab mal irgendwann ein flederschatten den kann ich gebrauchen oder hab ich was im stern drin ja ne goldene heilige dann kann ich den nicht gebrauchen meter anruf an der kleinen insel südwestlich von alt derod werden die nördliche und westliche richtung heißen bin ich zu weit gereist ja ja die peste auf flügeln hier mache ich chicken wings kollege so guck da mit ich jetzt einmal kurz und raste mal so vier stunden ich wusste es nein wow nein jetzt bin ich jetzt bin ich jetzt bin ich tot ja ja bitte okay das macht natürlich den schwierigkeitsgrad um einiges knackiger vor allem wenn man unvorbereitet ist ähm aber das will ich jetzt mal probieren moment toll er hat viel gebracht mhm okay dann eben nicht ich sehe hier gar nichts wie soll man hier was sehen hm wie das ist die Dwemerruine ne oder ich habe zu viele Items in meiner Tasche das ist die Dwemerruine so das heißt muss eigentlich Hä Hä jetzt Maul blödes Drecksviech hier ne jetzt sieht man gar nichts ach falls nacht ist Moment jetzt habe ich an jetzt kommen die wieder nicht wenn man sich versucht vorzubereiten ach ne ist das da vielleicht hier wir sehen immer wieder mein freund der fliegende chicken wing ja pass pass jetzt nicht auf was ist hier altes schiffswrack tschüss wo zum henker da ist jemand wer bist du denn du willst sprechen wir Lügner mit dir will ich ein Foto machen hör auf hier guck in die Kamera guck in die Kamera ja geh weg hier ganz ikonischer charakter wollen wir den mal ausfragen komm wir fangen den mal aus what der hat hier richtig viel zu sagen bewundere dich mein freund an seilen klettern zu schwer die horizontal befestigt sind drachen oh die sind überall fliegen müssen um viele von ihnen zu sehen die näher am boden sind schwer zu sehen dass sie unsichtbar sind geheimnis es gibt kein geheimnis maik weiß alles die zwerge waren hier und nun sind sie nicht sehr kleines volk oder vielleicht auch nicht das hängt vom blickwinkel oh man ey multiplayer kennt dieses wort nicht ihr wollt dass ich auch ein klingen wenn ihr unbedingt wollt sucht nach dem im lied nordpol der uber sie werden sicherlich zögern sich euch anzuschließen ok nackte lichte ne nackte liche schreckliche geschichte wenn ihr einen seht lasst maik es wissen ich will nur sicher sein dass er nicht es nicht mehr ansehen muss ok erde besonders wird guter sahnes der nicht mehr existiert das ist eine interessante schaut euch bei den gewässern im westen und dort findet ihr die reste eines einstigen schreins atmet tief durch und beginnt dann eure suche oh reittiere gebe da einen weg geht einfach dann bezahlt die gebühr für euch selbst zu haben paar lauft wenn ihr müsst und rennt wenn ihr gejagt werdet so was hat er noch zu erzählen achso schade brechende schlammgraben sie haben das ganze geld schlammgraben reißen alles an sich wir haben verschwörungstheoretiker verwandlung zum lich das ist ja leicht mein freund findet einfach das herz eines lich verfügt die zunge eines drachen hinzu und kocht alles zusammen mit dem fleisch eines gut pferds mhm lebt euch mit sicherheit untoten machen mhm wandernde leichen ängst mit den untoten ist nicht zu spaßen bärhaie einen kennengelernt der war was das scheu gut kleiner exkurs bei maix dem lügner ich weiß immer noch nicht wo ich so ganz lang muss aber hier sollen stein von boetia sein ne da da würde ich doch mal hingehen ich weiß das ist nicht meine aufgabe aber wenn ich schon mal hier bin im übrigen das ist jetzt gerade sollte sich jetzt irgendjemand aufregen so mach doch das du bist doch völlig falsch mit deiner aufgabe das beabsichtigt ich laufe hier gerade absichtlich in der gegend rum ich denke hä tanzen ok was denn ach ja das war das war ja sowieso immer sehr sehr ein sehr kampfes lustiger plan ne so was haben wir denn hier großer knochen leute was ist denn das für ein schild der sieht ja cool aus wer seid ihr zu huldigen huldigen oder schreien plündern huldigen dem gesetzt widersetzt hä der hatte nen anderen schild stop hab ich gespeichert hier hab ich gespeichert halt ja ich will wissen was der sagt wenn ich den anderen text mache das interessiert mich zu sehr tanzen wir wollen tanzen moin moin komm ran hier tschüss der kümmert sich schon um das andere Viech ich mach hier die großen Tiere weg ne die hauen die hauen sich gegenseitig weg ok aber das ist auch nicht wirklich äh amun an knochenharnisch jetzt auch nicht wirklich die beste ausrüstung die er hier mit hat ne so jetzt sprechen wir aber nochmal ich bin hier nein schon gut das ist für uns interessant wenn ihr dabei ein paar Hexen und Hexer tötet seid vorsichtig lasst uns in Frieden wir lassen euch in Frieden was hast du denn da für ein Schild ist das irgendwie eine Verzauberung sieht voll cool aus so wir sollen ein paar Hexer und Hexerinnen töten Alt-Dedrod südwestlich von Alt-Dedrod guck mal dann weiß ich wo ich von hier weiterkomme perfekt hat ja schon mal was gebracht so einmal eine Axt auspacken das hier einpacken ach ne muss ich auch Nachtsicht anmachen so speichern und Rinder wen haben wir denn hier moin was würde das denn werden naja keiner sonst hier höhere Kampfmusik linker Flügel da ist doch jemand weg mit dir lähmung für 10 Sekunden boah das haben wahrscheinlich auch die Assassinen vorhin gehabt so einen blöden lähmungsdurch alter Schwede so rechter Flügel muss er doch schon den ersten hier zaubern moin moin domba hat uuuh her damit ja ich hab ihn glaub ich auf den boden gelegt festigt stumpfe waffen für lauerhafte wirkung das ist ein geiler gürtel sowas will ich haben aber in nicht stumpfe waffen sondern andere waffen wo hab ich den hab ich den in die tasche gepackt nein doch 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 hab ich wieder herstellung ah guck mal dauerhafte wirkung hast du hier feuerschaden nee danke so was haben wir hier noch oh nicht mit hier reden nein sehr interessant hier der innere schreien ein da jetzt hören wir doch hier kannst du auch mal was machen da hinten kann ich dir noch nicht sagen noch so nah bin ich nicht so nah bin ich noch nicht so rum was hat sie denn hier ich sehe da vorne noch eine goldene heilige ja die muss ich auch noch klatschen tue ich auch noch habe ich denn einen passenden ich habe einen passenden stop stop da nein oh mein gott was mache ich denn hier ok wieder die falschen tasten so was haben wir da eben jetzt kurz schwert her damit kannst du halten schön 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 kann man auch mit dir kann man auch ist ja gar nicht der den ich suche spreche ich jetzt mit dem aber eben nachsicht neu an denke ich spreche gleich mal mit dem aber erstmal hier müssten ja noch ja genau moin moin junge ja geile sachen ey hä das habe ich jetzt nicht gehofft die normalerweise ist das doch bei verzauberung so dass die den waffenwert nicht steigern also den verkaufswert oder müssen die nur gut genug sein hm hunge nimm das so linker und rechter flügel waren wir innerer schrein waren wir jetzt auch ich könnte das da vorne plündern aber dann hauen die mir bestimmt auf die mütze deswegen lasse ich das mal hier ist der äußere schrein weil wir können hier von hier auf wie gesagt passend dann noch weitergehen wenn es weitergehen soll hier ist der innere schrein okay dann habe ich also alles erledigt und könnte mit der statue hier quatschen machen wir noch machen wir noch erstmal gehen wir hier noch mal weiter ich hab dann nämlich noch die tür gesehen vorraum da oben das doch erledigt hat der noch was schönes das nehmen wir mit lässt sich lang werfen auf sich selbst nö da ist noch einer noch zwei menschen sind aber viele wie ist die car alba interessant durch umweg GT Dette das nebenherz schwer den nehme ich mit schick 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 gleiche eines hexers wer damit ich machen wir mal weg was hast du hier elite ordinator das teure gewand sieht so cool aus das nehme ich mit die sachen brauche ich ja bringen geld ich weiß aber ich habe jetzt schon so viele von diesen items ach hier bin ich verstehe 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 aufbau verstanden weiter geht's das ding ist wenn ich tatsächlich viele davon haben wollen würde dann würde ich einfach nach dingens gehen meine axt au au ich habe den zauber noch aktiv diese blöde streitkolben moment wir haben das sofort ich will halt die die seele von der goldenen heiligen haben das ist mein wichtiger punkt wie lange hält denn dein schild das muss doch schon genau kaputt sein wer damit jetzt habe ich hier jetzt habe ich nämlich auch genug dann kann ich mich demnächst nämlich da dran setzen mal das equipment ich hätte nämlich nicht die lust immer wieder einzelne inventar gegenstände zu machen miau 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 hä hä du bist kein kajit d d Ich hab grad Angst um Häl? Haltet euch mal hier Moment Moment ich bin grad etwas wert Also Hat man euch hierher Beschworen oder Kamt ihr freiwillig Ich bin freiwillig gekommen Wie auch immer ihr seid es ist jeder eingeladen. Vergesst aber nicht, dem Gastgeber eure Auferwartung zu machen und lasst euch von Lust Lusti Lustri drüben in der Ecke etwas zu trinken geben. Wischt euch dann unter die tanzenden Drängen. Massen? Was für Massen? Glaubt die, die in dem goldenen Masken eingeladene Gäste aber beim Maskenball der Verrückung ist wieder willkommen. Wollt ihr ein Spielchen spielen? Sagt schon. Meine Güte, niemals zuvor hörte ich von einer solch bewegten Geschichte, solche Leiden. Was direkt vor unserer Tür? Ihr beschämt mich. Bringt bitte die armen kleinen Dinger hierher. Sein Leid antun. Natürlich kann ich nicht für die Ordinatoren sprechen, aber ich spreche das für meine Gefolge. Spieler. Jetzt bin ich aber mal warte mal speichern Spielfiguren Ihr seid kein Spieler, sondern einfach nur eine Spielfigur und dann dreht Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich. Ich beschäftige, ich dachte jetzt wir werden noch so ein bisschen wegkloppen und dann wäre fertig, aber ist er mir nicht. Das heißt, wir erkunden nächste Woche, nächste Woche, nächste Folge noch den Schrein hier und wir müssen noch mit der Statue sprechen. Wir haben Freitag, ne? Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Ciao.